Als dieser Mann bei der Gartenarbeit eine seltsame Kette in seinem Garten fand, war er nicht auf das vorbereitet, was ihn erwartete. Als er sie herauszog, entdeckte er etwas völlig Unerwartetes. Ben hatte gerade das Grundstück bezahlt und unterschrieben, auf dem er ein neues Haus für seine Familie bauen wollte und er konnte es kaum erwarten, es in ein Heim umzuwandeln. Am nächsten Morgen beschloss er, mit der Landschaftsgestaltung zu beginnen. Mit Blumensetzlingen in der Hand und ein paar groben Werkzeugen wie einer Hacke und einer Schaufel machte sich Ben an die Arbeit. Er wählte eine Stelle in der Nähe des Eingangs zum Grundstück, um die Pflanzbeete auszuheben. Als er anfing zu graben, stieß er auf etwas Hartes unter der Erde. Zuerst dachte er, es sei nur ein Stein. Mit seiner Hacke versuchte er, es auszugraben, aber das Objekt ließ sich nicht bewegen. Verblüfft beschloss Ben, die Gegend umzugraben, um herauszufinden, was ihn behindert hatte. Er dachte, dass es ein größerer Stein sein könnte und grub tiefer. Als er näher an das Objekt herankam, griff er mit seinen Händen hinein, um es zu ertasten. Zu seiner Überraschung war es gar kein Stein. Es fühlte sich wie ein hohles Metallobjekt an. Bald erkannte er, dass es eine Kette war. Ben zog die Kette über den Boden und sein Verdacht bestätigte sich. Es war eine riesige, altaussehende, verrostete, aber immer noch feste Metallkette, deren Rest tief in der Erde vergraben war. Ben starrte die Kette ungläubig an, aber er dachte sich zunächst nicht viel dabei. Er nahm an, dass die Kette im Laufe der Zeit aufgrund von Verwitterungsprozessen und allmählichen Bodenbewegungen einmal an der Oberfläche gelegen haben musste, aber nach und nach tiefer in den Boden gesunken war. Sein erster Gedanke war, sie herauszuziehen. Doch Ben erlebte noch mehr Überraschungen. Als er so fest er konnte an der Kette zog, kamen immer mehr Teile aus dem Boden zum Vorschein. Die Kette gab immer mehr im Boden vergrabene Längen frei und führte Ben immer weiter von seiner ursprünglichen Stelle weg. Schließlich erreichte er einen Punkt, an dem er sie nicht mehr herausziehen konnte. Der Rest der Kette schien senkrecht in der Erde vergraben zu sein. Als er sich wieder umdrehte, um sich das Stück anzusehen, das er bereits herausgezogen hatte, schossen ihm die Gedanken durch den Kopf. Wohin könnte das führen? Auch wenn es nur eine Kette war, was wenn diese unerwartete Entdeckung noch mehr zu bedeuten hatte. Ben war eigentlich nur gekommen, um Landschaftsbau zu betreiben, Blumen zu pflanzen und das Land zu vermessen, um den Bau des neuen Hauses seiner Familie vorzubereiten. Jetzt war er in ein völlig ungeplantes Szenario verwickelt und neugierig, wohin diese lange Kette führte. Schließlich war es jetzt sein Grundstück und das schürte seine Neugierde, tiefer zu graben. Entschlossen griff Ben zu seiner Schaufel, um schneller zu graben als mit der Hacke. Er ahnte nicht, dass sie nichts auf die bevorstehende Aufgabe vorbereiten konnte. Er dachte einfach, er würde noch ein bisschen weiter graben, um das Ende der Kette zu finden und die Geheimnisse freizugeben, die mit ihr vergraben waren. Was wie ein paar Minuten erschien, wurde zu 30 Minuten. Als die Erschöpfung einsetzte, dämmerte es Ben, dass dies mehr war, als er erwartet hatte. Er hielt an, um zu verschnaufen und griff nach einer Wasserflasche, um seine Durst zu stillen. Seine Fantasie und Neugierde waren wieder einmal geweckt. Er konnte die Möglichkeit nicht länger ignorieren, dass es sich um etwas Bedeutendes handelte. Er begann sich zu fragen, ob es tief unten, wo die Kette hinführte, vergrabene Schätze gab. Das schien plausibel, wenn man bedenkt, dass das Land jahrzehntelang leer gestanden hatte, bis er es kaufte. Vielleicht hatte er aber auch nur seiner Fantasie freien Lauf gelassen. Aber wenn man bedenkt, wie viel Mühe er sich gegeben hatte, um die Quelle der Kette zu finden, war es schwer vorstellbar, dass dort unten etwas versteckt war und die Kette ein Hinweis von demjenigen war, der sie vergraben hatte. Voller Ungewissheit beschloss Ben, für heute Schluss zu machen. Er wollte nach Hause gehen, sich ausruhen und am nächsten Tag mit dem Pflanzen der Blumensetzlinge fortfahren. Zu Hause angekommen, erzählte Ben seiner Frau Catherine von seinem Tag und dem unerwarteten Fund der Kette. Er erklärte ihr, dass er sie zunächst für eine kurze Kette gehalten hatte und dann feststellte, dass er ihr Ende nicht ausgraben konnte. Fasziniert hörte Catherine zu und sie plante, am nächsten Tag wiederzukommen, um sich selbst davon zu überzeugen. Der nächste Morgen kam schneller, als sie erwartet hatten. Nach dem Frühstück und den üblichen Morgenritualen stiegen die beiden ins Auto und fuhren zu ihrem neu erworbenen Grundstück. Während der Fahrt entspann sich ein Gespräch zwischen den beiden. Ben erzählte von seinen wilden Gedanken, dass auf dem Grundstück ein Schatz versteckt sein könnte und beide lachten über diese Idee. Aber je mehr sie lachten, desto klarer wurde ihnen die Möglichkeit. Vor allem für Catherine. Kurze Zeit später erreichten sie das Grundstück. Ben zeigte Catherine, wo er die Kette zuerst gefunden hatte und wie er sie zu der Stelle zurückverfolgt hatte, an der er gegraben hatte. Catherines Augen weiteten sich vor Schreck. Es zu sehen war etwas ganz anderes, als nur davon zu hören. Sie erklärte Ben, dass es dort unten, wo die Kette endete, etwas geben musste. Das Vorkommen und die Art und Weise, wie sie tief im Boden vergraben war, schienen zu gewollt, um natürlich zu sein. Die beiden starten sich einen Moment lang an und dann wieder auf den Fundort, unsicher, was sie als nächstes tun sollten. Sollten sie weiter graben oder sollten sie die Polizei rufen, um die Untersuchung zu übernehmen? Catherine schlug vor, sich bei den Behörden zu melden. Ben stimmte zu, dass das eine gute Idee sei, aber er war auch begeistert von der Möglichkeit, verborgene Schätze zu finden. Er hatte sich schon immer gefragt, wie es wohl wäre, wie im Film über verlorene Schätze aus der Vergangenheit zu stolpern. Dies war seine Chance, endlich seine Neugierde zu befriedigen. Ben wies darauf hin, dass er die Polizei erst später einschalten könnte, wenn er herausgefunden hatte, was unter der Erde lag. Wenn sich herausstellte, dass es etwas Bedeutendes war wie ein Schatz oder sogar das Grab einer wichtigen Person, würden sie auf jeden Fall die Behörden einschalten. Aber im Moment wollte Ben unbedingt weitergraben und das Geheimnis selbst lüften. Als Catherine die Begeisterung ihres Mannes sah und seine Beweggründe verstand, stimmte sie zu, ihm zu helfen. Sie wussten beide, dass das, was sie fanden, von großer Bedeutung sein könnte, aber den Nervenkitzel der Entdeckung wollten sie gemeinsam erleben. Plötzlich kam Catherine eine Idee. Was wäre, wenn wir etwas über die Geschichte der Gegend recherchieren würden? Vielleicht finden wir einen Hinweis darauf, ob es hier vor langer Zeit bedeutende historische Aktivitäten gegeben hat. Wenn wir das bestätigen könnten, würde es sich mehr lohnen, nach der Quelle der Kette zu graben, als nur anzunehmen, dass dort etwas ist und nichts zu finden. Für Ben war das eine brillante Idee und er konnte Catherine nur zustimmen. Als sie den Fundort der Kette verließen, gingen sie zurück, um die Blumensetzlinge zu pflanzen und wussten, was ihr nächster Schritt war. Sie würden die Geschichte der Gegend im Internet recherchieren. Als sie bereit waren, den Heimweg anzutreten, warf Ben noch einmal einen Blick auf die Stelle, an der er gegraben hatte, um die Quelle der Kette zu finden. Der Gedanke, einen verlorenen alten Schatz zu entdecken, quälte ihn. Was auch immer es war, nichts hätte ihn auf die schockierende Entdeckung vorbereiten können, die ihn erwartete. Zu Hause, nachdem die Kinder ins Bett gebracht worden waren, machten sie sich an die Arbeit und durchsuchten das Internet auf ihrem Computer. Um die Geschichte des Ortes zu erfahren. Keiner von ihnen wusste, was sie erwarten würden, aber ihre Internetrecherchen förderten etwas wirklich Großes zutage. Mit vor Neugier und Ungeduld weit aufgerissenen Augen hielten sie ungläubig den Atem an, als sie die Geschichte des Gebiets lasen, in dem sich ihr Land befand. Was sie fanden, war anders als alles, was sie je gesehen hatten. Die Internetrecherche ergab, dass das Gebiet vor 105 Jahren während eines blutigen Bürgerkriegs ein geheimes militärisches Basislager war, das schließlich vom Feind überrannt wurde. Da die dort operierende Militärgruppe sehr geheimnisvoll war, verfügte sie über viele Abteilungen zur Planung von Operationen und anderen Aktivitäten in mehreren verstreuten und versteckten Tunneln in dem Gebiet. Die Geheimnistuerei der Guerilla-Gruppe machte es schwierig, nach dem Krieg alle ihre Verstecker aufzudecken. Ben und Catherine starrten sich ungläubig an und wussten, dass sie vielleicht gerade ein wichtiges Stück Geschichte entdeckt hatten. Sie waren sich nur nicht sicher, dass die vergrabene Kette, die sie gefunden hatten und die tiefer in den Boden führte, ein tieferes Geheimnis bag, als sie zunächst gedacht hatten. Es war klar, dass sie jetzt die Behörden einschalten mussten, doch dann erinnerte sich Catherine an etwas, das alles ändern könnte. Ein alter Freund von ihr namens Jude war vor kurzem für einen Forschungsauftrag in die Stadt gezogen. Er war Archäologe und hatte vor, sie an diesem Wochenende zu besuchen. Vor diesem Hintergrund beschlossen Ben und Catherine, dass es das Beste war, Jude auf das Land zu bringen und ihm zu zeigen, was sie gefunden hatten. Auch wenn eine im Boden vergrabene Kette nicht viel zu sein scheint, könnten die Ergebnisse ihrer Nachforschungen über die Geschichte der Stadt und Judes umfangreiche Erfahrungen als Archäologe sie zu etwas Bedeutendem führen. Aufgeregt, aber dennoch vorsichtig, bereiteten sie sich auf Judes Besuch vor, denn sie wussten, dass das kommende Wochenende Antworten auf die Geheimnisse bringen könnte, die unter ihrem Land begraben lagen. Als das Wochenende näher rückte, informierte Catherine ihren Freund über ihre Entdeckung und erklärte ihm, dass sie es ihm zeigen wollte, da er Archäologe sei. Sie glaubte, dass seine umfangreiche Erfahrung ihnen bei der Entdeckung des Geheimnisses sehr helfen würde. Endlich kam das Wochenende. Nachdem sie mit Jude zu Abend gegessen und ihn den Kindern vorgestellt hatten, machte sich das Trio auf den Weg zu ihrem Stück Land, bereit, ihm ihren faszinierenden Fund zu zeigen. Als sie dort ankam, erklärte Ben, wo er die Kette ursprünglich entdeckt hatte und wo er gegraben hatte, um ihre Wurzeln zu finden. Nachdem er Jude über die Geschichte des Ortes aufgeklärt hatte, begann sie mit ihrer Erkundung. Jude sah sich gründlich um und untersuchte die Gegend. Auf seine Aufforderung hin taten sie sich alle zusammen und gruben weiter, bis sie auf etwas stießen. Jude gab ihnen ein Zeichen aufzuhören. Als Archäologe hatte er gelernt, vorsichtig zu sein, wenn er historische Stücke ausgrub, um zerbrechliche Artefakte nicht zu beschädigen. Als sie mit den Händen die Gegend absuchten, fanden sie etwas, das ihnen den Kopf verdrehte. Sie entdeckten Kisten, Dutzende von ihnen, die übereinander gestapelt waren. Ben konnte nicht aufhören, sich vorzustellen, dass sie einen versteckten Schatz gefunden hatten. Doch als sie die alten Metallkisten ausgruben, fanden sie zu ihrem Erstaunen Papiere und Manuskripte. Die Schriften schienen in Geheimcodes verfasst zu sein, die mit der verschlüsselten Kommunikation während des Krieges übereinstimmten. Diese Entdeckung bestätigt ihre Nachforschungen, dass es sich bei dem Gebiet um eine geheime Militärbasis handelt. Ben und Catherine konnten nicht glauben, dass das wirklich wahr ist. Nach Jutes Erklärungen zu urteilen, schienen sie nur an der Oberfläche gekratzt zu haben. Es gab wahrscheinlich noch viel mehr unter der Erde zu entdecken, denn der Ort schien ein Versteck in einem geheimen Tunnel zu sein, den das Militär während des alten Bürgerkriegs genutzt hatte. Als Jude die Bedeutung des Fundes erkannte, riet er seine Forschungsagentur zu kontaktieren, um sie zu unterstützen und die Entdeckung offiziell zu übernehmen. Er versicherte ihnen, dass Ben und Catherine für die Entdeckung dieses Stücksgeschichte auf ihrem Land belohnt würden. Noch immer schockiert und verwirrt von der Bedeutung der Entdeckung, waren sie überwältigt. Jude deutete darauf hin, dass die Kisten, die sie gefunden hatten, nur ein kleiner Teil eines größeren geheimen Tunnels waren, der sich unter ihrem Land befand. Sie machten sich auf die große Entdeckung gefasst, die sie erwartete. Eine Woche später traf Jutes Archäologenteam für das gesamte Projekt ein. Sie glaubten, dass die Gesamtgröße des Tunnels weit über ihr Stück Land hinausgehen und einen gewaltigen historischen Fund darstellen würde. Sie glaubten, dass die Gesamtgröße des Tunnels weit über ihr Stück Land hinausgehen würde. Jutes Team kam in großer Zahl an, begleitet von Fernsehreportern und mehreren Medienteams. Sie sollten eine Videodokumentation über die Forschungsentdeckung drehen und zeigen, wie eine Metallkette zur Aufdeckung von historischen Geheimnissen führte, die jahrelang vergraben waren. Nach einer langen Woche mit endlosen Interviews waren Ben und Catherine erstaunt über das Ausmaß ihrer Beteiligung an einer so historischen Entdeckung. Fernsehsender baten um Interviews und ihre Geschichte fesselte die ganze Nation. Die archäologische Ausgrabung ergab, dass es sich tatsächlich um eines der vielen Tunnelsysteme handelte, die während des Kriegs vom Militär genutzt wurden. Was die Entdeckung noch bedeutsamer machte, war die Tatsache, dass die Generäle in diesem Tunnel ihre Kriegsplanung und Strategie durchführten. Es wurden mehrere Antiquitäten, Briefe, Manuskripte, Waffen und andere militärische Ausrüstungsgegenstände entdeckt, die Aufschluss über die Kriegstaktiken und Mittel der Vergangenheit geben. In Anbetracht der enormen Bedeutung des Fundes beschloss die Regierung, das Land in Besitz zu nehmen. Sie entschädigte Ben und Catherine jedoch mit einem viel größeren Stück Land an einem anderen Ort und bot andere Formen der Entschädigung an. Die Entdeckung machte das Paar im ganzen Land berühmt. Für Ben, der auf einen vergrabenen Schatz gehofft hatte, war die tatsächliche Entdeckung viel bedeutender, als er es sich je hätte vorstellen können. Der historische Fund wurde zu einem bedeutenden Teil ihres Lebens, etwas, das sie für immer in Erinnerung behalten werden. Was für ein überraschender Fund! Hast du schon einmal etwas so Unerwartetes entdeckt? Was würdest du tun, wenn die Regierung dich auffordert, dein Grundstück wegen seiner historischen Bedeutung zu verlassen? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Video!